RTL 2 präsentiert AJAX Shower Power ist revolutionär. Nach dem Duschen einfach aufsprühen und Ihre Dusche ist vor Kalk- und Schimmelablagerungen geschützt. Trutzschwamm, schrubben, vergessen Sie es. Abspülen, vergessen Sie es. Die Dusche bleibt sauber. Das neue AJAX Shower Power. Sprühen und gut und alles bleibt sauber. Leptin-Ice-Tee. Erfrischt den Körper. Schärft die Sinne. Neu. Die 1,5 Liter Flasche. Big Brother, das Spielslosendung. Jetzt überall im Handel. Wenn sich nur 18 Leute zusammentun und bei Let's Buy It Come kaufen, sinkt der Preis. Der Neu ist hier am Rebo das Büro für die Hosentasche zum E-Mailen, Datenspeichern und Termine verwalten. Für nur 849 Mark. Let's Buy It Come. Gemeinsam mehr erreichen. Solero-Shot. The Drink Effect you don't expect. Von Lagnese. Neuer Kick für die Lippen. Moisture Whip von Jade. Für viel Feuchtigkeit in atemberaubenden Farben. Von dezent bis ausdrucksstark. Moisture Whip. Mit 40% Feuchtigkeitspflege, Vitamin und Aloe Vera. Für geschmeidig zarte Lippen. In so vielen Farben. Ob Sie jemals alle tragen werden? Lippen mit neuem Kick. Moisture Whip von Jade. Ich fühl mich schön mit Jade. Entscheiden Sie, liebe Zuschauer, wer muss heute das Haus verlassen? Wollen Sie, dass Andrea geht? Dann wählen Sie 090 50 50 91. Soll Kerstin die WG verlassen? Dann wählen Sie 090 50 50 95. Oder muss sich Manuela verabschieden? Dann wählen Sie die NCSPA 97. Gewinnen können Sie einen Renovierungszuschuss von 2 mal 2000 Mark. Spendiert von Immobilienscout24. Serien, Action, Filme, Stars. RTL 2 macht einfach Spaß. Action! Booga! Du bist rein! Ostern bei RTL 2. Die größte Überraschung können Sie sich jetzt selber bereiten. RTL 2 verlost einen einwöchigen Urlaub für zwei Personen im Senegal. Sie wohnen im Club Aldiana und genießen All-Inclusive. Rufen Sie an, an welchen beiden Ostertagen laufen bei RTL 2 die Pokémon-Specials. Ostern bei RTL 2. Poké-Engine total. Mal was sagt mit Schnitz. Dumm, dümmer, die dümmsten Verbrecher der Welt. Klauen, bis der Arzt kommt. Oder der Ladendetektiv. Bankraub. Wieso ist mein Fahrer plötzlich Polizist? Ein Tritt von Clementine und der Dieb wäre versteckt. Die dümmsten Verbrecher der Welt. Dienstag, 21.05 Uhr. Gleich nach Big Brother. Sie sind die Helden des Alltags. Sie riskieren ihr Leben. Sekunden können entscheiden. RTL 2 präsentiert. Hautnah, authentisch und extrem. Alarm, Retter in Todesgefahr. Donnerstag, 22.05 Uhr. Lebe, so wie du dich fühlst. Lebe dein Leben so, wie du selber nur bist. Lebe, such es dir nicht. Das Wundergesicht, weil es dich gibt. Einziehen statt rausfliegen. Weiterhin viel Spaß mit Immobilienscout24.de und BOL.de Wollen auch Sie live dabei sein? Heute bei der großen Big Brother Party im Palladium Köln. Live on stage DJs Lovko und die dritte Generation. Tickets unter den angegebenen Telefonnummern oder an der Abendkasse. Freitag, 21.05 Uhr, Start der Denzel-Washington-Reihe. Ein Reporter will ihre Story, jeder andere ihren Tod. Die Akte mit Julia Roberts. RTL 2 macht einfach Spaß. Hey, wir hatten da meine Goldbeeren mitgewaschen, Mann. Das sind doch keine Waschbären. Tja, ist ja interessant. Hier steht, die Lakrit-Schnecke ist zum Aussterben bedroht. Dann ist ja gewascht. Heute ist ein roter Persona-Tag. Und schwanger werden will ich ja nun nicht. Persona erfasst die Hormonspiegel im Urin. Damit Sie wissen, wann Sie verhüten müssen, fragen Sie Ihren Apotheker. Persona. So einfach, so natürlich. Diese Familie hat Spaß. Liegt es an den neuen Family-Fun-Packungen von Langnese? Den vielen verschiedenen Langnese-Minis? Nein, die haben so viel Spaß, weil sie Schauspieler sind, die für diesen Labelspot bezahlt werden. Aber Ihre Familie wird viel Spaß mit den Family-Fun-Packungen von Langnese haben. Nur wird sie dabei nicht so gescheuert aussehen. Die neuen Family-Fun-Packungen von Langnese, die machen wirklich Spaß. Wirklich. Zarte Haselnusscreme in einem herrlich knusprigen Röllchen von Schokolade umhüllt. Amicelli. Alles, nur nicht männlich. Keine Zeit, immer auf trockenen Nägel zu warten? Schneller geht's mit Express Finish von Jade. Jade. Trocken und fest in nur einer Minute. In den 23 rasantesten Farben. Schnell alle ausprobieren. Express Finish, der schnellste von Jade. Ich fühl mich schön mit Jade. Jetzt neu, die Trendfarben für den Sommer. Exklusiv für Jade von Maybelline New York. Harter Haselnusscreme in einem knusprigen Röllchen von Schokolade umhüllt. Amicelli. Alles, nur nicht männlich. Sindsfam. Musik Manchmal muss man Prioritäten setzen. An Nestle Mousse au Chocolat komme ich einfach nicht vorbei. Nestle Mousse au Chocolat. Einfach so lecker. Erst die Arbeit. Dann das Crustin. Bistro Crustin. Die Genießerbrotmahlzeit. Neu. Bistro Crustin von Iglo. Klären Sie Ihre Kinder auf, wo das Spielzeug herkommt. Alltoys.de der Spielzeugladen für jeden Kinderwunsch. Alltoys.de. Kinder einfach glücklich machen. Jetzt im Netz. Domestos Hygienespüler ist neu. Er wirkt gegen Kalk. Schafft hygienische Sauberkeit. Rund um die Uhr. Der neue Domestos Hygienespüler. RTL2.de präsentiert das große Big Brother Börsengewinnspiel. Wer wird nominiert? Wer muss raus? Kennst du dich aus im Haus? Gib deine Prognose ab und hol dir bis zu 25.000 Mark. Mitmachen kann jeder unter www.rtl2.de. Dein Tor zu Big Brother Wall Street. Jetzt reinklicken. Und jetzt das ganz große Osterprogramm für die ganze Familie. Das Oster-Pokémon Special. Wir haben es geschafft. Wir sind da. Zwei Stunden Pokémon. Yes. Oboga, du bist dran. Ostermontag. Zwei Stunden Pokémon. Yes. Pocke-Action total. Morgen um 14.25 Uhr. Da haben wir euch ein ganz dickes Ei gelegt. Yes. Halbzeit im Big Brother Haus. Das unglaubliche TV-Event schlägt alle Rekorde. Und jetzt geht es erst richtig los. Alles über Superstar Slapko und Sexbombe Sabrina. Die Angehörigen, die Fans, die Aussteiger. So haben sie Big Brother noch nie gesehen. Big Brother exklusiv. Die Reportage. Donnerstag, 21 Uhr 5. It's time to burn. Der Mai bei RTL 2. Robert Dinkrow. Sigourney Weaver. Schwester Pfeiffer. Kurt Ross. Jack Nichols. Das. Blockbuster. RTL 2. Ich glaub, ich bin im Kino. It's time to burn. RTL 2 präsentiert. Ich vermiss dich wie die Hölle. Die Single von Slapko, dem ehemaligen Kandidaten aus dem Big Brother Haus. Einziehen statt rausfliegen. Weiterhin viel Spaß mit immobilienscout24.de und bol.de. Was glauben Sie, liebe Zuschauer, wer muss gleich das Haus verlassen? Ist es Andrea, dann wählen Sie 0190 50 50 91. Muss Kerstin sich von den Mitbewohnern verabschieden, dann wählen Sie 0190 50 50 95. Oder muss Manuela gehen, dann wählen Sie 0190 50 50 97. Gewinnen können Sie einen Renovierungszuschuss von 2 x 2.000 Mark, spendiert von Immobilienscout24. No flames. Now. Just haven't enjoyed. Ich glaub, ich bin drin. Ich glaub, ich bin drin. Oder aber Andrea muss die WG verlassen. Dann wählen Sie bitte die 090 50 50 91. Wie gesagt, noch sind 25 Minuten Zeit. Nutzen Sie die Zeit, greifen Sie zum Hörer und beeinflussen Sie das Ergebnis. Jetzt erobern die Big Brother Kandidaten auch den Computer. Big Brother The Game ist da. Ein Geschicklichkeitsspiel mit den Original Big Brother Stars als Cartoonfiguren. Und vielen Extras wie Videos und Informationen rund um die Big Brother Hausbewohner. Zu Anfang des Spiels sucht man sich seinen Lieblingskandidaten aus. Ob Slatko, Kerstin, Alex, John oder Manu. Alle Big Brother Hausbewohner sind mit Biografie und vielen Infos vertreten. Im Spiel selbst schlüpft man in die Rolle eines der Big Brother Kandidaten und sucht sich seinen Weg durch das ganze Big Brother Haus. Dabei gilt es, reichlich Punkte zu sammeln und verschiedene Bonusgegenstände zu finden. Wird zum Beispiel eine Videokassette aufgenommen, ist damit eines der vielen verschiedenen Videos freigespielt. Von Klassikern wie der Duschpolonese über Slatko's Shakespeare Zitat Nein! bis hin zu Original-Casting-Szenen ist alles dabei, was das Fanherz begehrt. Ich bin ein sehr sensibel Mensch. Wer im und ums Big Brother Haus herum genug Punkte gesammelt hat, kann sich mit der Internet-Highscore-Funktion auf der Big Brother Game Homepage verewigen. Dort gibt es übrigens neben vielen Informationen auch Big Brother Postkarten mit den originell gezeichneten Cartoons. Big Brother The Game ist auf jeden Fall ein Riesenspaß und ein Muss für alle Fans. Big Brother, das PC-Game, seit Donnerstag übrigens im Handel. Es lohnt sich und macht auch übrigens Riesenspaß. Ich hab's selbst ausprobiert. Freitag, 21.05 Uhr, Start der Denzel-Washington-Reihe. Ein Reporter will ihre Story, jeder andere ihren Tod. Die Akte mit Julia Roberts. RPS 2 macht einfach Spaß. Schönen ist die Welt, wenn das Glück dir ein Märchen erzählt. Schönen ist die Welt. Kann es etwas Spannenderes geben als die Zukunft? Eine neue Welt entsteht. Auf der Weltausstellung Expo 2000. Tickets und Reiseangebote unter 0-2000. Neu von Langnese Cremissimo. Tiramisu. Amarena. Und Nociolato. Mit der überraschenden Cremigkeit von Langnese Cremissimo. Warum spielen immer mehr Lotto mit Faber? Ganz einfach. Wegen der höheren Gemeinschaftschancen. Statt alleine zu spielen, habe ich mit dem Faber-System 49 160 mal höhere Chancen. Ich hab's probiert und schon nach wenigen Wochen Glück gehabt. Allein ist die Chance auf sechs Richtige sehr klein. Mit Faber dagegen durch eine starke Spielgemeinschaft 160 mal höher. Mathematisch bewiesen. Gewinnen Sie jetzt mit. Diese Einladung haben Sie am Dienstag in Ihrem Briefkasten. Faber mit System zum Gewinn. Bringt die Darmfluche ins Gleichgewicht lebende probiotische Kulturen? Hallo? Ein bisschen Gesundheit schadet nie. Pro Kult von Müller. Alles Müller, oder? Was? Faber-Spielgemeinschaft knackt höchsten Jackpot aller Zeiten beim Spiel 77. Also nicht vergessen, diese Einladung haben Sie am Dienstag in Ihrem Briefkasten. Diese Familie hat Spaß. Liegt es an den neuen Family-Fun-Packungen von Langnese? Den vielen verschiedenen Langnese-Minis? Nein, die haben so viel Spaß, weil sie Schauspieler sind, die für diesen Labelspot bezahlt werden. Aber Ihre Familie wird viel Spaß mit den Family-Fun-Packungen von Langnese haben. Nur wird sie dabei nicht so bescheuert aussehen. Die neuen Family-Fun-Packungen von Langnese, die machen wirklich Spaß. Wirklich. Haarfarben so lebendig wie die Natur. Mit den neuen Kolorationen von Ghoul Living Colors. Mensch, jetzt eine gescheite Brotzeit. Brotzeit? Wie ein Frühstück, nur jetzt am Nachmittag. Leute, da gibt's eine Hütte. Hallo. Hallo. Super, frische Milch, gutes Brot. Hey, und was gibt's drauf? Was wohl? Nutella. Ja. Nutella mit kräftigen Haselnüssen und dem besten der Milch. Da steckt noch was drin und das schmeckt. Spitz euer Frühstück am Nachmittag. Junge, das ist eine Brotzeit. Nutella aufs Brot, da hast du was drauf. Genau das Richtige für knackige Typen. Die Original Fruit of the Loom Sweatshirts und Jogginghosen für Herren. Und die Kapuzen-Sweats für Kitz. Einfach zum Anbeißen. Jetzt für nur 12 Mark und 15 Mark. Jetzt bei Karstadt. Sie sind für sich. Glenn Graham. Play your game. Wenn wir Bratmaße grillen, fängt die Stimmung an. Frisch gegrillt, knusprig, kross, da will jeder gleich ran. Bratmaße schmeckt, ob groß oder klein. Und weil die immer gelingt, stimmen alle mit ein. Unsere Bratwurst, muss Bratmaße von Maika sein. Maika macht das Würstchen. Klären Sie Ihre Kinder auf, wo das Spielzeug herkommt. Alltoys.de, der Spielzeugladen für jeden Kinderbotsch. Alltoys.de, Kinder einfach glücklich machen. Jetzt im Netz. Ihre Pupillen werden sich weiten. Ihr Geruchssinn wird stimuliert. Ihre Geschmacksnerven aktivieren. All das werden Sie erleben, wenn Sie Frischetta probieren. Die Tiefkühlpizza aus besten Zutaten. Aus einem Teig, der nicht vorgebacken ist und beim Backen aufgeht. Frischetta. Entdecke den Genuss. Hier, was hältst du von der Woche London? Oder Linienflug nach Moskau? Nee, mit dem Wohnmobil durch Kanada. Sag mal, weißt du eigentlich, dass mein neuer Bikini hier reinpasst? Okay, zwei Wochen Seychellen. Einfach buchen unter tui.de An Nestle Mousse au Chocolat komme ich einfach nicht vorbei. Nestle Mousse au Chocolat. Einfach zu lecker. Whatever you desire, you'll make it. Once you've realized this, you're entering the next level. And this is where the journey starts. Everything's floating. Everything's moving. Brian. And this is reality. Welcome Surprise. Für wirklich weiße Zähne. Perlweiß. Eine Entwicklung aus der zahnärztlichen Praxis. Warum wollen sie sich mit weniger zufrieden geben? Das Reich der Fantasien. Sie dürfen die Mine auf keinen Fall öffnen. Wenn Sie sie öffnen, befreien Sie die Dämonen. Das ist jemand in der Mine. Sie sitzen fest. Es sind 40 Elfen. Was sollen wir jetzt tun? Jetzt gehen wir ein paar Elfen retten, okay? Ja! Der Herr der Elfen. Morgen um 6.20 Uhr und am Abend. Nummer 43. Ja, Mary Lennox. Allein in einer fremden Welt. Ihr Onkel wird sich gewiss nicht sehr um sie kümmern. Darauf können sie sich verlassen. Umgehen von Rätseln und Geheimnissen. Ich habe jemanden bei mir. Nichts dergleichen. Ein kleines Mädchen auf der Suche nach der Wahrheit. Wer bist du? Was suchst du hier? Ich habe meinen Cousin heute Nacht kennengelernt. Du hast meine Befehle missachtet. Wo ist mein Sohn? Der geheime Garten. Morgen bei RTL 2. Weiterhin viel Spaß bei Big Brother Talk. Die Telefonaktion, Herr Wember, ist, glaube ich, jetzt abgelaufen. Es ist Zeit für das Endergebnis. Herr Wember, Sie haben es jetzt quasi in der Hand. Wie haben denn die Zuschauer entschieden? Die Zuschauer haben entschieden mit einmal 40,7 Prozent für eine der Damen. zu 51,5 und 7,8. Das ist das Endergebnis. Und jetzt kommen die Namen. Die 7,8 Prozent hat die Andrea. Sie bleibt drin. Er ist spannend. Mit 40,7 Prozent bleibt weiter in dem Haus die Kerstin. Somit muss Manuela gehen. Das ist aber ein ziemlich knappes Ergebnis, Herr Wember. Ja. Wenn ich bedenke, wie das noch vor einer Woche aussah, ist es wirklich sehr, sehr knapp. Manuela hat sehr, sehr aufgeholt. Also bei Big Brother läuft es immer anders, als man denkt. Das ist wirklich ein unglaubliches Ergebnis. Gut. Herzlichen Dank, Herr Wember. Da möchte ich gleich die Mutter von Manuela befragen. Haben Sie sich das vorgestellt? Haben Sie es erwartet, dass es so kommen würde? Ja, ich habe es erwartet. Und Sie ist im Gefühl gehabt? Ja, ich bin auch mit dem Gedanken hierher gekommen, dass ich Sie mit nach Hause nehme. Und das ist total in Ordnung. Denken Sie, dass Manuela das selber auch so ein bisschen im Gefühl hatte? Ja. Ja, haben Sie es hier angemerkt? Ja. Woran? Ja, eine Mutter spürt das. Und ich habe sie die ganze Woche beobachtet. Und was da abging, das war nicht mehr Big Brother wie zu Anfang. Und ich finde die ganze Sendung im Moment nicht mehr so witzig, muss ich sagen. Gut. Sie können Sie heute Abend mit nach Hause nehmen. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ja, danke schön. Gut. Wir schalten jetzt raus vor das Big Brother Haus zu Sophie, um einfach mal zu erfahren, wie das Ergebnis gerade angekommen ist. Ich denke mal, Percy. Du hast gerade mit mir gesprochen. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht mehr. Es ist auf jeden Fall eine Waffenstimmung. Die Freunde von Manu freuen sich auf Manu. Und hier ist die Schwester von Sabrina. Und du hast eben was sehr Schönes gesagt. Könntest du das nochmal wiederholen, wenn es zu Manu kommt? Ja, es ist so. Natürlich ist Sabrina auch meine Favoritin. Aber ich muss ehrlich sagen, dass das mit der Manu abgezogen wird, das finde ich nicht in Ordnung. Wie vielleicht nicht jedem sein Typ. Aber ich wünsche ihr viel Glück. Ich hoffe auch, sie hält sich noch. Und wir werden Sie auf jeden Fall alle von Big Sister Sabrina unterstützen, wenn Sie rauskommen und zu ihr halten. Genau, so ist es richtig. Und ich denke, Percy, mit diesen Worten, was ich dich jetzt erleinere, ist live. Danke, Sophie. Und von dieser Stelle schalten wir gleich ins Palladium zu meinem Kollegen Marc Rasmus. Marc, wie ist denn die Entscheidung bei euch angekommen? Ja, Percy, auch hier Riesenstimmung. Die Spannung ist aber immer noch auf dem Wiedepunkt. Weil wir wissen zwar jetzt, dass Manuela das Haus verlassen muss. Aber die große Frage, die im Raum steht, ist natürlich, wird Kerstin ihr Versprechen einhalten und gleich mit ihrer Freundin Manuela zusammen das Big Brother Haus verlassen? Spann uns nicht mehr so lange auf die Folter, Percy. Wir sind neugierig. Gut, aber bevor es dazu kommt, hier nochmal ein Appell an alle Manuela-Fans. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Manuela eine Grußbotschaft zukommen zu lassen. Wie geht das? Greifen Sie zum Hörer und wählen folgende Nummer. Die Nummer von Manu, das ist die 0190 50 50 97. Die originellsten und nettesten Grußbotschaften brennen wir auf eine CD und werden Manuela die CD als Erinnerung überreichen. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch diese Woche wieder am Zuschauerspiel teilgenommen haben, haben Sie natürlich auch automatisch am Big Brother Gewinnspiel teilgenommen. Und unser Zufallsgenerator hat auch diese Woche wieder zwei Gewinner gezogen, die ich jetzt ausgehändigt bekomme. Und zwar sind es diesmal zwei Herren. Einmal Thorsten Bandelow aus 10 11 7 Berlin und ein Herr Andreas Goethe aus 83 607 Holzkirchen, Oberbayern. Herzlichen Glückwunsch und das ist Ihr Preis. Gewonnen haben Sie einen Renovierungszuschuss von 2000 Mark, spendiert von Immobilienscout24. Herzlichen Glückwunsch. Und wir schalten jetzt nochmal zu Sophie zum Vorplatz des Big Brother Houses, um zu sehen, wie die Stimmung insgesamt ist. So, huch, das ging alles sehr schnellstens. Wir haben die zwei süße Freundinnen von Manu auch. Ich war ja auch schon mal bei Manus Eltern, die mir auch sehr gut gefallen haben. Und Sie waren hier aus Hamburg hier angereist. Und in Hamburg gibt es ja auch verdammt viele Fans von Manu. Was habt ihr für Sie vorbereitet, wenn Sie jetzt rauskommen? Ja, auf jeden Fall werden wir Sie ganz herzlich begrüßen und die englischen Freunde werden für Sie da sein. Und wir werden eine schöne Feier machen. Das sieht auch aus, ihr werdet sie auffangen, ne? Auf alle Fälle, auf alle Fälle, ja. So ist es richtig, das ist richtig. Freunde sind immer beieinander da. Was ist zurück zu dir denn jetzt, bitte spannend? Wir kennen das Ergebnis. Manuela wird heute Abend das Haus verlassen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, ob sie alleine geht oder zu zweit und ob Kerstin wirklich ihr Versprechen einlöst. Es ist jetzt Zeit, in das Big Brother Haus zu schalten und Manuela Bescheid zu geben. Wir im Studio, wir freuen uns sehr auf dich, Manuela. Bis gleich. Danke für die schöne, frohe Ostern. Geilste Nacht, umfurchs Leben. Alex. Wie geht's zusammen? Ja, klar gehen die zusammen. Wie geht's zusammen? Natürlich gehen die zusammen. Ich glaube, ich gehe zusammen. So wie ich Kerstin gehe, Kerstin mit. Ich liebe dich. Ich bin Kerstin. Ich glaube, ihr geht zusammen. Das kam aber schon die ganze Zeit. Bleibt tapfer hier drin, ja? Wird alles geben. Ich rauche jetzt mal eine Zigarette. Wichtig. Was ist denn? Wie? Das ist denn den Pappenhausen da unten, die wir auch nicht unterkriegen. Ich war immer nicht okay, aber ich vergieß halt keine Träne. Ich gehe so gestärkt durch die Menge. Es gibt alles. Es gibt keine Träne. Wir lassen uns nur auf den Fernseher. Ich habe gestern schon alles gehört, was ich brauchte. Kommt mal her. Kommt mal an den Zaun und sag was Nettes. Ob Kerstin, ihr Versprechen einlöst, all das nach der Werbung. Bis gleich. Big Brother The Game. Das PC-Spiel mit deinen Original-Big-Brother-Stars als Comic. Spiel mit deinen Lieblingskandidaten im ganzen Big-Brother-Haus. Außerdem mit vielen Videos. Original-Casting-Szenen. Wir bieten sehr sensibel. Und Internet-Highscore-Funktion. Big Brother The Game. Ab sofort erhältlich. Freitag, 21.05 Uhr. Start der Denzel-Washington-Reihe. Ein Reporter will ihre Story, jeder andere ihren Tod. Die Akte mit Julia Roberts. RTL 2 macht einfach Spaß. Warum spielen immer mehr Lotto mit Faber? Ganz einfach. Wegen der höheren Gemeinschaftschancen. Statt alleine zu spielen, habe ich mit dem Faber-System 49 160 mal höhere Chancen. Ich habe es probiert und schon nach wenigen Wochen Glück gehabt. Allein ist die Chance auf sechs Richtige sehr klein. Mit Faber dagegen durch eine starke Spielgemeinschaft 160 mal höher. Mathematisch bewiesen. Gewinnen Sie jetzt mit. Diese Einladung haben Sie am Dienstag in Ihrem Briefkasten. Faber mit System zum Gewinn. Und dann flitschte er seine großen weißen Zähne. Grrrr. Aber die Zähne vom Wolf sind ja gar nicht weiss, Mama. Sie wollen weißere Zähne haben, aber Sie haben Angst, sich Ihre Zähne zu ruinieren. Keine Panik. Die neue Colgate Sensation White macht mit schonenden Mikrokristallen Ihre Zähne weißer. Ohne ihnen zu schaden. Grrrr. Wow. Die neue Colgate Sensation White. Für weißere Zähne, ohne ihnen zu schaden. Faber-Spielgemeinschaft knackt höchsten Jackpot aller Zeiten beim Spiel 77. Also nicht vergessen, diese Einladung haben Sie am Dienstag in Ihrem Briefkasten. Die neuen Sprühreiniger von Fizz. Jeder Tropfen voller Kraft. Für Küche, Glas und Flächen, Bad und Dusche. Eine Sauberkeit, die Sie fühlen können. Für noch mehr Freude an Ihrem Zuhause. Ihr Zuhause in einer neuen Dimension. Die neuen Sprühreiniger von Fizz. Fehlt Ihnen der richtige Schwung in der Bude? Dann holen Sie sich die neue Petra mit dem großen 100 Seiten Extraheft Petra Living. Wohn- und Designideen für drinnen und draußen, für große Träume und kleines Geld. Petra und Petra Living. Zwei Hefte zusammen für nur 5 Mark. Petra weiß, was kommt. Grenzenlos frei. Den Peugeot 206. Neu von Langnese Cremissimo. Tiramisu. Amarena. Und Nociolato. Mit der überraschenden Cremigkeit von Langnese Cremissimo. Sensationell. Ein Lippenstift reich an Pflege und lebendiger Farbe. Absolut konturentreu. Neu. Colorish von L'Oreal. Die perfekte Verbindung von feuchtigkeitsspendender Pflege und lebendiger Farbe. Colorish mit Vitamin E. Reich an spürbarer Pflege, reich an Farbe. Und absolut konturentreu. Meine Lippen wollen nur das Beste. Also keine Experimente. Es gibt doch Colorish. Neu von L'Oreal. Für mich der perfekte Lippenstift. L'Oreal, weil ich es mir wert bin. Neu von Onox. Tausend und eine Soße. Pasta einfach in heißes Wasser geben, aufkochen, kurz umrühren und fertig ist eine wunderbar cremige Soße. Onox tausend und eine Soße. Die Basis für feine Soßen. Lippen-Ice-Tee. Erfrischten Körper. Schärf desinne. Lippen-Ice-Tee. Get more out of life. Auf Sie warten, bewegen Momente mit der neuen Fit for Fun. So macht Laufen Spaß. Dazu das Lauftagebuch für Einsteiger und Gönner. Und im Extraheft über tausend fitte Singles. Fit for Fun. Jetzt neu am Kiosk. Man steht ganz schön blöd da, wenn einem etwas fehlt. Was auch immer Sie gerade suchen. Likos findet es für Sie im Internet. Und zwar genau das, was Sie gerade brauchen. Likos, Ihr persönlicher Internet-Guide. Freje-Nette. 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 Magic Freje-Nette. Freje-Nette-Cava. Nur original mit dem Siegel. Traditionell in der Flasche gereift. Manche Plätze sind besonders beliebt. Kein Wunder, wenn sie so gepflegt sind. Xylaprochor Holzbalsam übernimmt die wichtige Schutzfunktion der Rinde nach dem Vorbild der Natur. Damit die schönsten Plätze auch schön bleiben. Neu. Xylaprochor Holzbalsam. Viel Gefühl für Holz. Jetzt ein Frisk. Jobpilot.de. Europas unbegrenzter Karrieremarkt im Internet. Genau der passende Job und zehntausende Alternativen. RG2 macht einfach Spaß. Dumm, dümmer, die dümmsten Verbrecher der Welt. Klauen, bis der Arzt kommt. Oder der Ladendetektiv. Bankraub. Wieso ist mein Fahrer plötzlich Polizist? Ein Tritt von Clementine und der Dieb wäre versteckt. Die dümmsten Verbrecher der Welt. Dienstag, 21.05 Uhr. Gleich nach Big Brother. Sie sind die Helden des Alltags. Sie riskieren ihr Leben. Sekunden können entscheiden. RTL 2 präsentiert. Hautnah, authentisch und extrem. Alarm, Retter in Todesgefahr. Donnerstag, 22.05 Uhr. Freitag, 21.05 Uhr im RTL 2 Planet Cinema. Start der Denzel Washington Reihe. Wollen Sie über die Akte sprechen? Jeder, der mich von der Akte berichtete, es tut. Julia Roberts. Ich möchte, dass sie das Land verlassen. Denzel Washington. Die Akte. Freitag im RTL 2 Planet Cinema. Also, Sie müssen unbedingt RTL 2 schauen, sonst gibt es ein Fahrer hinter die Löffel. RTL 2. Die Entscheidung bei Big Brother Talk. Jetzt mit Ortello Online. Herzlich willkommen zu Big Brother der Talk. Dritter Teil und für alle, die gerade erst zugeschaltet haben. Soeben ist das Zuschauerergebnis rausgekommen. Manuela wird heute Abend das Haus verlassen. Aber vielleicht nicht ganz allein, denn Kerstin hat ihr in die Hand versprochen, mit ihr zusammen das Haus zu verlassen. In wenigen Minuten werden wir erfahren, ob sie wirklich zu zweit das Haus verlassen oder nicht. Also, wir dürfen gespannt bleiben. An dieser Stelle eine Frage an Gallus, den langjährigen, guten Freund von Kerstin. Was hältst du von ihrer Entscheidung, Manuela nach draußen zu begleiten? Was geht da in ihr vor? Ich kann nur sagen, dass ich die Entscheidung toll finde, dass sie es macht. Und was in ihr vorgeht, das am besten du fragst sie selbst. Gut, das werde ich dann auch tun. Ich danke dir. Ihre Tochter, jetzt haben Sie sie während der Werbepause ein bisschen beobachten können. Was denken Sie, was geht ihr Manuela in diesem Moment vor? Also, ich denke, die freut sich total, jetzt auch rauszukommen. Weil sie saß da eben auf der Couch und hat ganz lässig ihre Zigarette geraucht. Ich glaube, das sieht man da ja auch nochmal. Also, unglücklich ist sie nicht. Überhaupt nicht. Sie wirkt recht entspannt. Ja. Also, sie scheint das Ganze doch sehr cool zu nehmen. Ja. Man darf ja auch nicht vergessen, sie war eine ganze lange Zeit drin, 54 Tage. Und sie hat das super gemeistert. Ja, und das Ergebnis ist eigentlich auch nicht so schlecht ausgefallen. Wenn man sich erinnert, letzten Sonntag, ich glaube, fast 90 Prozent sogar. Ja, 86. Und jetzt hat sich das Ergebnis ziemlich deutlich gewandelt. Also, relativ knapp. Ja. Gut. Dann, ganz kurze Frage an euch. Verblüfft euch das jetzt, dass Andrea drin bleibt? Ehrlich gesagt, nicht so. Nicht wirklich. Wir haben ja auch Internet und man kann es ja da auch lesen. Ihr konntet das abschätzen. Aber mögliche für alle. Gut. Okay. Herzlichen Dank. Wir schalten jetzt ins Haus, um Manuela Bescheid zu geben, sich von ihren Mitbewohnern zu verabschieden. Noch nicht aufmachen, bitte. Kommt nicht, damit ihr rechnet, dass ihr das werdet. Ich hab nur eins für den gemacht. Können wir uns zum ersten Mal im Triebaut. Danke. 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 Die auch, überhaupt, die auch mit einer schönen Tagung. Ja, genau. Ich weiß, was ich gedacht habe. Ich bin schon von Standen. Geh noch vor, geh vor, geh vor, I will come. Ich hab dich lieb und es ist Urlaub und wir haben eine Menge Spaß hier draußen. Schlag dich tapfer. Ich weine heute immer nicht. Ich gebe alles hier draußen. Lass mich nicht kleinkriegen. Lass mich nicht kleinkriegen. Lass mich mal in die Mitte von euch bleiben. Also, es warten viele Fans auf euch da draußen. Doch, es warten viele Freunde und Fans von dir. Carstin. Tschüssi. Hi Sophie. Hallo. Ganz kurz. Alex und das Geld waren es nicht wert, drin zu bleiben. Alex sehe ich wieder. Es sind 6 Wochen Urlaub und am 9. Juni werden wir jetzt ein 1. Mal Privatsphäre haben. Und daraus freue ich mich super. Wie sie sich drauf freuen. So, ihr kommt jetzt raus. Worauf freust du dich am meisten? Am allermeisten freue ich mich natürlich auf meinen Freund. Meine Mami und all meine Freunde und alle Leute, die nicht machen, raus und rufen. Das haben wir über 50 Tage gehabt. Das wird langweilig. Und ich glaube, du bist stark genug, um da drüber zu stehen. Ich bin so stark genug. Genau. Und ihr habt eine schöne Freundschaft draus gemacht. Wir haben eine super Freundschaft. Ich muss noch mal kurz reden können. Sie sind schon nicht mehr da. Also, wir beiden freuen sich sehr auf die Freiheit. Meine Güte. Wusste ich gar nicht, dass es so schlimm da drin ist. Also, komm. Deine Fans stehen hier gleich auf der rechten Seite. Und wir gehen dann überhaupt hin. Kerstin wird hier in den Fang genommen und heiß umarmt. Und dann werden sie sie nicht mehr loslassen von. Kerstin, 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 Kerstin! Viele Fans. Kerstin, ich bringe mir jetzt die beiden Mädels, die sich anscheinend sehr wohl fühlen, zu dir im Studio. Leute, ihr könntet sie mal leben. D Torster fahren. Halten! 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 Er wird am nächsten Sonntag von den Bewohnern nominiert, das Haus zu verlassen. Bei Andrea wählen sie 090, 50, 50, 91. Bei Jürgen die Endziffer 92, bei Alexander die 94, bei John die 98 oder bei Sabrina die Endziffer 96. Das können sie gewinnen. Fiedentours, der Spezialist für ihre Reise zur Fußball-Europameisterschaft, spendiert einen Dreitagestrip nach London. Inklusive Ticket für das Länderspiel England gegen Deutschland. Das letzte Spiel im legendären Wembley-Stadion. So, an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an das TUI-Reisecenter Firmenberger und Vermöller GmbH aus Linz. Die haben die Reise nach Ghana nämlich gesponsert. Und übrigens für alle Kerstin-Fans, selbstverständlich könnt ihr jetzt der Kerstin natürlich auch Glückwünsche zukommen lassen. Wir müssen einfach folgende Telefonnummer wählen. Die 090, 50, 50, 95, die originellsten und nettesten Glückwünsche werden auf eine CD gebrannt. Und die werden wir der Kerstin dann als Souvenir aushändigen. Und jetzt schalten wir einfach erst nochmal ins Haus. Und jetzt schalten wir einfach mal.